Ja, mach mal aus. Mach mal Taschenlampe an, Mario. Hab ich. Achso, hab ich so'n Schwarz-Weiß-Filter hier. Alter, ist das hell. Hört auf mich an zu machen. Das ist das Flugzeug. Alter, ist das geile Style. Ich will damit auch mal eine Runde... ...beisitzen. Ich check mal dein Flugzeug in der Zeit. Ey! Du will dich anstehen. Lass mal Leute suchen, Mann. Es sind... ...drei andere Leute drauf auf diesem Server. Die suchen wir jetzt und töten sie. Was kann ich denn noch so machen? Ja, was ist mit Bier? Ich verdurst die jetzt hier, oder was? Wart mal, unter dieser Stahlbrücke ist doch Wasser, oder? Ich glaub, das ist ein Spieler. Das bin ich, Mann. Ne, neben der Brücke. Ich bin aber gerade an der Brücke. An der Brücke bist du. Ja, ich hab doch gerade gesagt, ich bin da. Ja, sag das doch. Wie oft soll ich's denn sagen? Ich sag's du, du hast ein Spieler. Ja, das bin ich. Ja, ne, das ist ein anderer. Das Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad. Okay, Leute. Das Fahrrad ist ziemlich kaputt. Kann ein Fahrrad explodieren? Sterb ich dann? Hast du hier den Hasen überfahren auf der Straße, Mario? Ja. Ja. Wieso bist du Pilot? Ja, dann nützt niemand Cloud, verdammt. Ach, das ist das. Du komm. Ist doch irgendeiner in den Heli Cloud von Garner drinnen sitzt. Aber wir können so dritt rein. Ihr seid jetzt wahrscheinlich Pilot und Co-Pilot. Ja, aber wir sind jetzt, bist jetzt ich auch noch Pilot, sind jetzt nicht drei Piloten. Okay, dann flieg ich jetzt. Wollt ihr drinbleiben? Nein. Nein. Wieso könnt ihr nicht umkippen, der scheiß Raum? Ja, könnt ihr nicht mal so ganz leicht gegen mich fliegen? Schieß voll die Hellfire drauf. Nimm's auch. Komm schon, Spektakel. Äh, wo ist die hin geflohen? Ab geht's! Nein! Du kannst auch nachgucken, ob der Baum jetzt kaputt ist. So, wir können wegfliegen. Ne, ich will's. Wir können nicht gar nicht. Wir haben keinen Platz frei. Habt ihr einen Reifen dabei? Ja. Ja. Dann rapp mal bitte beim Moppet. Ich will komm! Oh, wieder so knapp daneben! Wuuuh! Was passiert hier? Oh, das war ich knapp. Ich weiche einfach raus, hier mit Schlangen liegen. Piuum! 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 Oh, fuck! Nein! Okay, der nächste sitzt. Ich kann nicht mehr fahren! Du sollt mir mal reifen. Du sollt dir selbst reifen. Schieb dein Motorrad. Da, das ist Boote auch wieder. Hier, fahr'n! Guck dir über die Straße weiter. Das ist die. Fregata! Alter, das bin ich. Ja, ich schieße doch gar nicht auf dich. Ich hab auf den hinter dem Zaub geschossen. Das ist aber so gar nicht. Oh! Was? Was?